Wie funktioniert das? Wie weiß, bei der Hypnose kann man zumindest heute sagen, man ist ja noch völlig in der Erforschung, was da eigentlich genau passiert. Jetzt die neueren Studien von Spiegel und anderen haben gezeigt, dass die Verarbeitung im Gehirn, die Netzwerke anders miteinander kooperieren, dass sich das im Grunde verändert. Bei Schmerzreizen kann man sagen, die kommen im Gehirn schon noch an, die sind noch vorhanden, aber sie werden eben anders dekodiert. Und ja, also dadurch kommen dann solche Dinge zustande, wie das, was wir beim Reh gesehen haben. Oder ich habe in diesem Jahr auch fünf OPs am Kiefer gehabt und war völlig schmerzbar, weil ich während der Behandlung die ganze Zeit Selbsthypnose gemacht habe. Konnte am nächsten Tag schon wieder essen. Und also Knochen weg bis auf den Nerv runter. Und das geht. Das haben uns die alten Kulturen auch gezeigt. Also ich habe in Indien oder an der indischen Grenze oder auch mit Schamanen aus Südamerika gearbeitet. Und die machen diese Sachen auch schon lange. Das heißt bei denen noch nicht Hypnose. Also wenn die sich da ins Feuer stürzen oder auf ein Nagelbrett setzen oder so. Dann haben die auch so eine Konditionierung auf ein Wort und dann gehen die halt in diesen State rein. Wenn ich das höre, stelle ich mir die Frage, sie hat von diesen drei Ebenen gesprochen. Wäre da Hypnose nicht eine Art, wie ich alle drei Ebenen erreichen könnte im Gehirn? Ja, die erste Ebene ist ja kein Problem. Die zweite Ebene, ja natürlich, aber als Folge, sondern ist die dritte Ebene, die über den Körper, jetzt auf den Geist, die Psyche einwirkt. Und Sie haben völlig recht, es wirkt, das ist letztlich auch, was ich als therapeutische Allianz bezeichnet habe, ist nichts anderes als Autosuggestion. Natürlich. Da kann man sogar ein Bild gegen Verfahren sehen, wie dann die endogen Opioide spießen. Man sagt zwar, ich habe Schmerz, aber es tut nicht mehr weh. Absolut spannend. Ich muss jetzt nochmal schnell nachschauen. Niemand kann mal einen Blick ins Gehirn, wenn Sie sagen, der hat das, das war auch so. Die wollen im nächsten 20 Jahre sein. Jetzt sind drei Jahre verstrichen. Wie weit sind wir heute damit? Also ziemlich weit. Man kann ja in Einzelfällen, kann man schon, wir haben eine große Untersuchung gemacht bei Medina, schwerkriminellen Jugendlichen, zusammen mit einem Mitarbeiter, John Haynes, der ist so der internationale Staat der Bildgebung. Und man kann in einzelnen Fällen schon sagen, zum Beispiel, ob ein Mörder sagt, in dem Haus, in dem ich jemanden umgebracht haben soll, war ich nicht. Das kann man überprüfen. Das ist ganz einfach, aber ansonsten kann man bisher noch nicht ohne weiteres sagen. Man kann aber sagen, ob Erinnerungen an eine vorgebliche Tat vorhanden sind oder ob sie nicht vorhanden sind. Aber das Mind-Reading, wie man das nennt, ist schon relativ weit und ich will gar nicht sagen, wie das jetzt in 20 Jahren ist, aber mit den raffinierten Adenhaus-Verfahren, die vom Computer anzulassiert werden, ist das nicht undenkbar. Ob das dem Psychiater oder dem Richter irgendwann helfen wird, wenn der Psychiater wohl auch dem Richter, das sind andere Menschen, von anderen Sternen, das weiß ich nicht, die wollen immer das letzte Sagen machen. Aber man ist schon ziemlich weit. Das große Problem, das muss ich allerdings sagen, ob es uns gibt, ist eine andere Frage, nämlich all die Untersuchungen beruhen auf Untersuchungen von mindestens 10, wenn nicht 20 Personen, auf statistischen Gründen. Nicht bei der einzelnen Person. Also man kann sagen, wenn ich 20 Schwerverbrecher habe, dann finde ich das und das, aber beim Einzelnen ist das auf statistischen Gründen nicht verletzlich. Das muss man immer dazu tun. Im Endeffekt ist das ein großer, großer Nachteil. So weit sind wir dann doch noch. Vielen Dank. Noch einmal eine Frage an dich, Björg, was sich ja, wie gesagt, mit Germanismus auch beschäftigt. Wie wirkt dann die Spiritualität auf mein Bewusstsein? Und gibt es Unterschiede zwischen Drogen im herkömmlichen Sinn und Medikamenten, die in Basel hergestellt werden? Das ist natürlich sehr komplex. Also LSD wurde auch in Basel hergestellt. Also ich meine, jetzt wird ja das MDMA, das wird jetzt ja auch erforscht gerade und die Studienlagen dort sind so erdrückend. Das heißt, das ist im Grunde so gut wie zugelassen. Und man kann also sagen, dass die, also eine Sitzung bei schwerst kriegstraumatisierten Soldaten, damit ist ungefähr 100 Sitzungen Psychotherapie. Und die Nebenwirkungen sind so gering, also wenn das eine klinisch reine Substanz ist und wenn das ein vernünftiges Setting ist und wenn der Therapeut ausgebildet ist in Begleitung von veränderten Bewusstseinszuständen, dann ist die Erfolgsquote so enorm, da das ist jetzt in der letzten Phase 3 Studie und das ist so gut wie durch. Und die haben das eben alles auf sich genommen, in den USA das durchzukriegen. Und was dann in Europa kommt, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, dass das in den USA jetzt so ist. Und gut, mit anderen Substanzen ist das natürlich alles sehr individuell. Man kann das auch auf nicht-phabakologischem Wege erzeugen, das habe ich ja gesagt, zum Beispiel über beschleunigtem Atem oder Reizdeprivation, Reizüberflutung kann man diese veränderten Bewusstseinszustände bewirken. Und das wirkt ja auch alles eben auf die alten Gehirnteile oder aktiviert auch Material aus diesem Bereich, macht das wieder zugänglicher. Und da ist ja auch ein Widerspruch, also zwischen der Neurowissenschaft und zwischen unseren Erfahrungen, die wir so haben mit Leuten, wenn dann jemand die Erfahrung auf einmal macht über diesen Atemprozess, dass seine Mutter ihn abtreiben wollte oder dass irgendwas mit der Geburt war und er fährt danach ins Altenheim und die Frau hat durch Zufall einen wachen Moment und sagt noch, ja okay, jetzt kann ich sagen und dann kommt raus, es war so. Und da gibt es jetzt alleine in meinem Umfeld von Leuten, die ich so kenne, hunderte Fälle. Ja, das Problem ist, dass es alles, wie Herr Roth vorhin doch gesagt hat, relativ wenig erforscht worden. Das ist der Punkt, ja. Und Spiritualität, mein Gott, also so ein großes Wort, also was ist Spiritualität? Keine Ahnung. Also ist das Achtsamkeit, also sprich Mindfulness? Das ist das Achtsamkeit.